ARD Text im Auftrag von Funk Yo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu Minecraft Deckenleiter Wir sind mit Sven und Futuro Juuu, hallo! Ich bin gleich mal wieder Minecraft und ich habe keinen Plan was ich machen soll Wie immer Wie immer Oh nie, jetzt wieder ist Oh, das hört sich immer an wie ein Griefer verreckt Es ist einfach so, man hat immer voll den Schock Dankeschön Die Einheit, die man da einstellt, wie Schlag die Explosion ist, heißt creeper Ja, sehr klar Hier creeper, 9 creeper Juuu, hallo! Ich höre meine meine Musik in Einklang Sehr schöne meine Musik Sehr schön, meine meine Musik Wir müssen den Kur... Aua! Ja, das müssen die, dann macht ja hier mit euer Lava weiter, weil ich hab keine Almer Ja, aber Ja, aber hier, hier ist Eizen Wissernwissen, wenn du eisen willst, dann bitte hier stimmt irgendwas nicht da müssen wir mal gucken was stimmt wohl nicht das eck hier stimmt was war das falsch gemacht selbst du hast du noch gesagt es ist gut so weil sonst überfluten wir unsere halbe ebene ja aber hier ist mir egal was man sagt sind nur zwei breiter hinter haben wir es vier breit ja natürlich weil der turm zwei raustrag ich habe mal hier jetzt dann wieder vier breit weil der turm einfach hier weil der auf der anderen seite ist ja genauso ja natürlich ist das andere genau hier ist es auch wieder nur zwei breit und da dahinter ist es wieder vier breit wenn wir das jetzt hier so breit machen dann überfluten wir unseren wasserstehner das ist ja klar achso wir können jetzt hier das war also wir können jetzt hier breit machen an den stellen wo es zwei breit ist steht dann halt das wasser und an den stellen wo es hier breit ist fließt halt zusammen ist doch wurscht die da sind aber graben ist doch egal sieht das lgd werden es glänzt in der nacht es ist brutal geil auch mal die soll endlich das update rausbringen von der geht das kann dauern ja eben ich habe jetzt irgendwas gelesen von die hatten es geplant aufs sommer ja habe ich auch gelesen aber sie haben mit harten verzögerungen zu tun weil irgendwas nicht funktioniert weil dann könnten wir endlich auch lichtsensoren eingreifen bauen alles mögliche das wäre schon mal was noch viel mehr was mache ich denn schönes ja ich sehe ja ja vielleicht gibt es auch noch nix gell? naja gibt es auch noch nix nur normal mal kraft da müssen wir auch noch was fixen das ist auch noch nicht richtig so gefällt mir auch noch nicht ben lass dir mal hier was einfallen was gibt es denn schönes zu erzählen? ich bin hier wo ich gerade bin ich weiß nicht was habt ihr so am wochennein gemacht? du bist gar nicht im bett gelegen ja das war das ganz klar ne? hätte ich vielleicht ah man ich guck gerade Jurassic Park noch nebenbei den neuen hat mir gissen immer neben dem aufnehmen zocken? äh dass du immer neben dem zocken noch irgendwie hä wie kannst du denn film schauen bitte? der kann ja nicht, der kriegt davon nix mit ey der schieb ist sowieso wahrscheinlich gleich ja ich bummel ihn einfach noch ach was man hier hast du Eimer Sven hast du Eimer? oh die xp xp aber ganz wichtig ich glaube ich deine Knochen eingesammelt dir hatte oh Gangster ja jetzt soll ich einfach so ein paar Explosionen reinschießen dann dies vor und einfach alles z.B. die Schwinge da hinten ey die Schwinge da? ja ja aber ich hab's jetzt auf Pause gemacht weil es einfach gerade zu spannend ist und hier konzentrieren weil ich dauernd verrecke aber die Sniper geht einfach viel schneller als zum töten die grünen so langsam einfach Leute jetzt wird was bauen Sven machen wir mal was hier was was kann man denn bauen hier oder weiß nicht kann man muss irgendeine Technik verlegen was du baust das Technik legen ne Technik bauen ja aber da vorne stimmt was mit dem Ding nicht ja aber da vorne stimmt was mit dem Ding nicht mit dem Ding nicht definieren sie das Ding irgendwie ist die Lava hier irgendwie ist die Lava hier auch sehr viel höher wie da unten ne das müssen wir dann auch noch irgendwie geregelt wir sind angegriffen ach du scheiße doch nicht schon wieder hat jemand Wasser? ne hier drüben ist Wasser dein Wasserfall alter du bist sogar näher dran ja aber ne er rennt dahinter oh du bist von hinten von der Schmier angegriffen ne ne ja das hat gut geklappt natürlich du überlebt wow alles denke ich in die Rohreiter hinter dir wo du es rettet dich das noch XP nein boah war alles knapp hm was können wir denn bauen hier schon boah ich lass euch was einfallen ja ich überleg das schon aber ich will irgendwas mit Technik machen ich überleg nur Kart was ja eigentlich wir könnten nicht mal mit dem AKW anfangen alter ja mach doch ich hab ich müsste ja das Gebiet noch planieren da hinten das ist ja nicht das Problem mein Ding Lacer na ja eben dann fangt halt mal an aber wir haben ja noch nicht mal ein Ding darüber wir haben ja noch eine Bille drauf dann bau doch Kabel wir brauchen fette Kupferkabel brauchen wir dafür dann kannst du richtig viel Whopper noch anbauen lass mal Whopper anbauen wir brauchen mehr Whopper auf jeden Fall da kannst du sagen was du willst wir brauchen es egal wie viel wir schon haben wir brauchen jetzt richtig fette Kabel dafür äh 14.000 ja wir brauchen mehr bau mal Kabel von hier bis rüber das dickste Kupferkabel das dick umwandelt was das dafür brauchst äh das Diamantkabel futur äh das äh das äh das äh das äh das äh das anschließen können vater ja dann geht mal Diamanten-Farm oder oder? oder das ganz dinge Kupferkabel ja es gibt kein ganz dinges Kupferkabel es gibt nur ein dünnes Kupferkabel ja und es gibt's noch dreimal umwandeltes Kupferkabel ja das ist dann besser isoliert aber es transportiert trotzdem nur die schwächste Stromstärke die es gibt echt? ja ok dann brauchen wir es nicht Dann brauchen wir Diamanten Hey, wochen hart viele Diamanten Eben drum, dann könnt ihr mal suchen gehen Oder craften Guck mal wie man ein Ding macht, äh, Diamantfarm Du kannst ja Diamanten auch herstellen, dann brauchst du Diamantfarm Das ist halt auch ein richtig viel Technik-Scheiß-Dreck, um das zu bauen Also kannst du dich da austoben wie verrückt Wenn du das möchtest Diamant, oh fuck Diamantfarm Gibt's das hier, oder muss man das machen? Ach, okay Man kann Diamanten aus Gold machen Wie? Mit Minions dann Ja, nein, ich mein, da kannst du Steine und dann verarbeiten und hin und her und dann kannst du das machen Ja, das gibt einen Industrial-Diamanten, den musst du pressen Diamantstreitfläge Und das kannst du dir mal angucken Ja, den kann ich irgendwie nicht herstellen Eben Was denn? Du kannst ja mal gucken und googeln oder Wie man den herstellt Ich hab letzt mal schon geguckt Ja, ja, ich weiß was in der Kompresse und da musst du, ich glaub Kohle oder so, warte ich guck nach Ich weiß was du meinst Okay Okay Oh man Oh man Ich hab den Kohl-Junk und den Kohl-Junk und den Kohl-Junk muss ich in den Kompressor hauen Alles klar Und um einen Kohl-Junk herzustellen Ach du Scheiße Jetzt siehst du, jetzt hast du den Anfang Markus hilft dir oder Markus macht was eigenes Hey, Markus macht was eigenes Das heißt, ich muss anfangen und ich muss Kohle zu Kohle masserieren Dann brauchen wir irgendwann noch Kohle, ich glaub nicht Ich masseriere einfach alles Ja, hau rein Wir haben vier Quarries Drei Quarries Markus, bau mal ne vierte Quarries auf bitte Ich kann nicht, weiß ich mal wie es geht Wie? Weiß ich mal wie es geht Dann guckst du einfach, ähm In deinen Too Many Items Baust du ne Mining, äh, Quarry Dann gehst du rüber, gehst du rüber in den Landmark mit Und baust nochmal ne 64x64 Quarry auf Warte Ich mach jetzt den Graben fertig, du machst ja eh nix Mit der Aufnehmende Ist für dich Aufnehmende Ja eben Ich mach auch weiter Wir brauchen mehr Quarries Danach kannst du noch eine zweite Energy Bridge bauen Um mehr Energie von Thermal Oder Krafte noch zwei, drei Thermal Generatoren Ich muss, ich will unsere Lava Ausbeute erhöhen Also nochmal zwölf Thermal Generatoren bitte Und ein Ender, zwei Ender Tanks Und ne Pumpe So, ich hab jetzt schon mal Kohle im Messerator Hast du gehört Markus? Wollt ihr nicht die Mauer da weg tun? Nein, auf die Lauer Aber ein Flint in der Mitte Hast du gehört? Oh das Was du machen sollst Mit dem hier? Du kannst es nicht abbauen, hör auf Da hinten dran ist Lava Ich hab voll unvollständig da Das ist total unförmig vor allem Das ist total hässlich Ach echt Da hüben haben wir vier breit Da hüben haben wir zehn breit und so Und da hüben und so Hier ist echt mit 20 breit und da hinten Dann baust du halt wieder zu Nein, keine Mist Dann bleibt es halt so, ist halt hässlich Ich find's gar nicht so hässlich Das weg, das weg, das weg und das weg Oh man Gut, jetzt können wir mal gucken Ja Da brauche ich mich wieder an Also ein Haus Kannst du eine Burg erweitern? Was kann ich? Eine Burg erweitern Eine Tunnelkram zum Atomkraftwerk Wüftmache 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 Trasse darüber Wird trotzdem Stromtrasse brauchen Und wo soll ich anfangen mit dem Tunnel? Am Atomkraftwerk und dann baust du rüber Auf Baust du 20 block runter und da hinten 20 block Ja mindestens, du musst ja unter das Lava kommen Das Ding ist ja hoch ohne Ende Ab wann zu hier anfangen? Anfangen? Ich hätte gesagt, das ist die Ebene Da fang ich an zu planieren Also hier Hier runter Wie breit? Eins mal breit Das Strom verlegt Das wir mal einen Tunnel haben dazu Ja, eins breit Ich muss das so weit Also jetzt fang ich erstmal Eins, zwei, drei Äh, so hat das du... Äh stopp, ich will da kein Sturmkabel verlegen Gut, dann... Ist doch so weit Wie gesagt, oder? Naja, ist es gut Ja, dann nennen wir kein Sturmkabel Dann machen wir zwei Converter Wir wandeln jetzt einmal in der RF rum Die teleportieren wir Und dann nennst wir wandeln jetzt wieder in der EU rum Das ist einmal keine Verlustleistung Haben wir eigentlich Verlustleistung bei dem Spiel? Nein Also ja Mit Kabel schon Mit Teleportation nicht Okay Also von dem her ist Teleportation einfach schlauer Dann du mal ein Ding herstellen, Markus Äh Das, was man für einen Atomreaktor braucht Kannst du ja mal gucken Wir haben ja genug Material Such mal raus, was man für einen Atomreaktor... Brauch mal zwei Atomreaktoren So, für was mache ich jetzt nochmal so viele Diamanten? Äh, weil wir es brauchen Äh, weniger Diamantfarben oder so Den brauchen wir ja eigentlich nicht Wir haben ja eigentlich noch so viel Juju, da können wir so viele Diamanten draus machen Äh, ach Wir haben nicht viel Juju Na Markus braucht das Juju jetzt, um das Ding zurückzuwerfen und alles Und Scheiße Juju 2.289 Juju Meter Das ist nicht viel Das waren viel Wir leben überhaupt nicht mit dem Luxus oder so Ah, was? Nichts Nein Nein Weg, weg, weg Ja Nein Oh mein Gott Oh Gott, ich bin ins Ding reingegangen Jetzt hab ich wieder alles verloren Och nö Ja Zwei Tote Ich hab jetzt alles, ich hab Wireless verloren, ich hab mein Nanosaber verloren, ich hab alles verloren Viel Spaß Du hast das letzte Mal schon alles verloren, oder? Fuck! Ja, ich bin ins Spireless reingegangen Ja, da bist du Fuck Fuck Och ich könnte kotzen Hälts auf, ich Kraft locken Och ich Kraft locken Och ich Kraft locken Fuck, und jetzt Arbeiten wachsen, gehen wir nicht Nein Arbeiten Doch Ich hab das jetzt einmal da, okay Oh Gott, bummeln Wummeln So gut, was muss ich jetzt mit dem Scheiß Ding wieder machen? Ich weiß Boah, ich hab das jetzt einmal da, okay Jetzt muss ich dann Obsidian in die Mitte packen Alter Wir haben glaube ich kaum Obsidian ja kaum obsidian 699 wir haben einfach alles im überfluss außer meine ersatzteile ja produziert gleich mal vier stücke stirbt eh oft genug boah ich könnte es kotzen kriegen mein da ist ja mein drittel habe ich auch verloren schau mal ich habe schon acht diamanten hergestellt finde ich nicht geil was was soll ich denn mal in mein haus machen hast du dich irgendwo schon mal in der auto crafting bench hier gestellt ja unten im keller er hat ja ich oben den lavagraben fertig dann stell dir den zweiten lavading wieder runter das ist er war cool in den autotrag ich wusste doch mal klug wie das geht wir hatten zwei diamant blöcke hinten im maschinenraum was willst du mal das lahm mir jetzt nicht nur voll schlecht gelaufen ja ich könnte kotzen aber da ist nix drinnen das weißt du schon doch das sind äh da ist scrap drin er macht mir scrap boxen ok weil ich geschäftet habe habe ich die crafting box von meiner hand geöffnet da ist natürlich nix drinnen da bist du ein lappen ja wo ist deiner da habe ich gerade schon wieder auf falsches angeklickt das war nicht deiner da wo ist deiner ist das deiner das hologramm keine haben hologramme mit aber ich habe es gefunden auto crafting table zu lassen wer wäre dafür dass wir immer fester machen hier was alles machen mag es müssen ein offenes spiel wir sind ein offenes spiel jetzt das habe ich jetzt das brauche ich nicht mehr ne ich will es doch nicht für den autografen machen das jetzt dort alles klar auch ich sollte nicht in fotos table reinfuschen nein solltest du nicht das habe ich das halt sonst rage der könnte eh schon kotzen wenn ich den ganzen scheiß schon wieder bauen muss nein wir haben Eisenbahnen brauchst du Eisenbahn ich mache mehr nur 6000 ich weiß ne ich mach mal wieder 16 ich hab auch nur 16 ich mach mal ich mach mal so schützt 6 Prozent soll ich noch ein paar Lerner sein hier mal auf der Mutter drauf um mit so einer Woche als zu brauchen um denn dann habe ich das nicht produziert hat holt das auf Dauerschleife alter Gerät läuft da ich einfach noch eine Stunde durch bis sie alles verarbeitet haben der Kultus um die Welt der reich das das nicht mehr machen ist was macht der Kainer ich habe keine Ahnung wie lange die Folge geht und ich mache jetzt das guck doch mal auf deine scheiß Uhr aber nicht ich habe mich sagen wir sind jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Minecraft-Tickleiter wo ich den dann nicht brauche jetzt habe ich schon wieder vergessen was ich machen wollte nein es ist auch ein Crapfen ja ich habe vergessen was ich brauche alles ja und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal